Stefan Raab kann sich seine Frage sparen. Wahlziele wichtiger als Machtansprüche. Themenpolitik vor Personalpolitik. Keine leeren Phrasen von machtbesessenen Autokraten. Kanzlerduell 2013. Stefan Raab fragte Merkels Kanzlerkonkurrenten per Steinbrück, zugunsten seiner Wahlziele als Vizekanzler zu koalieren. Steinbrück lehnte ab. Bei mir könnte er sich diese Frage sparen. Ich bin nicht auf politische Ämter angewiesen. Mittelpunkt sind Wahlziele. Anders als vermutlich Herr Steinbrück bringe ich allerdings etliche Wahlziele ein. Wer setzt sie besser um als derjenige, der sie aufstellte? Keine leeren Phrasen machtbesessener Autokraten. Jedoch bin ich kompetent. Die Doppelse. Wirklich. Somehow wir diese Frage sparen. Für eine richtige coefficient des Ämteres. Durch die Marilynne.